Tag 913. Heute gibt es viele Neuigkeiten aus der Region Kursk. Hier haben die ukrainischen Streitkräfte in einem entscheidenden Manöver eine Reihe von Flankenangriffen um Korenova eingeleitet und die russischen Truppen gezwungen, sich zu zerstreuen und ihre Verteidigung zu schwächen. Sie nutzten die Gunst der Stunde und starteten einen überraschenden, starken Angriff auf Korenova, mit dem sie die Russen überrumpelten und in die Stadt eindrangen. Nach den jüngsten Gebietsgewinnen in der Nähe von Korenova wurden die ukrainischen Streitkräfte sowohl an der Nord- als auch an der Südflanke der Stadt aufgehalten. Im Nordosten rund um die kürzlich eroberten Dörfer Olgovka und Matievka stiessen die ukrainischen Truppen auf die natürliche Barriere des Flusses Krepna und seiner Stauseen. Dieser Geländevorteil half den Russen enorm, was es den ukrainischen Truppen erschwerte, weiter nach Norden vorzustoßen. Das Dorf Schuravli, das bei früheren ukrainischen Offensiven erobert wurde, liegt nördlich des Flusses Krepna. Diese Lage bietet den Ukrainern einen Brückenkopf, der potenzielle Angriffe zur Umgehung der russischen Hauptverteidigungsstellungen bei Olgovka erleichtert. Die schlechte Infrastruktur von Schuravli schränkt jedoch die ukrainischen Möglichkeiten ein, eine groß angelegte Angriffstruppe zu unterstützen, die die russischen Verteidigungsanlagen entlang des Flusses überwältigen könnte. Gleichzeitig verfügen die russischen Streitkräfte in diesem Gebiet nicht über genügend Truppen, um einen Gegenangriff auf den ukrainischen Brückenkopf bei Schuravli zu starten. In Anbetracht der schwierigen Umstände besteht das ukrainische Ziel hier darin, die russischen Verteidigungsanlagen entlang des Flusses Krepna zu überflügeln und ihre Stellungen in den Dörfern Durovka, Zhebolovka und Vetreno zu zerbrechen. Das Gebiet zwischen diesen Dörfern besteht aus weiten, offenen Feldern, ohne nennenswerte russische Verteidigungsanlagen, sodass die Stadt die letzte organisierte Widerstandslinie darstellt. Durch die Sicherung dieser Dörfer könnten die ukrainischen Streitkräfte ein Flankenmanöver nach Norden durchführen, auf die Stadt vorrücken und die Schlacht direkt nach Korenova bringen. Dazu müssten die ukrainischen Streitkräfte ihren Brückenkopf nördlich des Flusses Krepna ausweiten, was eine Intensivierung ihrer Offensivbemühungen in Richtung der Stadt Kautschuk erfordert. Die Ukrainer zielen auf die Dörfer südlich von Kautschuk, um die russischen Verteidigungsanlagen entlang des Flusses Krepna zu dehnen und an den Brückenkopf bei Schurafli anzuschließen. Auf diese Weise könnte das ukrainische Kommando den Brückenkopf mit zusätzlichen Truppen verstärken und den Weg für einen letzten Vorstoß nach Norden in Richtung Korenova ebnen. Im Gegensatz zu Korenova und seinen Flanken wird das Gebiet um Kautschuk von den russischen Streitkräften weniger stark verteidigt, da es in Kursk an kampffähigen Truppen mangelt und diese sich hauptsächlich auf Korenova konzentrieren. In der Region Kautschuk stützen sich die Russen auf eine begrenzte Anzahl von Marineinfanterieeinheiten, die über das Gebiet versteuert sind und sich Gefechte mit ukrainischen Sabotage- und Aufklärungsgruppen liefern. Abgesehen von diesen versprengten Marineinfanteristen verfügen die Russen in diesem Sektor über keine organisierte Verteidigungslinie, was ihnen anfällig für ukrainische Angriffe und potenzielle tiefe Vorstöße in ihren Rücken macht. Kampfaufnahmen aus der Region zeigen eine Gruppe ukrainischer Kämpfer, die von einem Striker-Fahrzeug absteigen, nachdem sie russische Truppen tief hinter den feindlichen Linien erfolgreich angegriffen haben. Einer der Kämpfer teilte später Aufnahmen eines neutralisierten russischen Soldaten in einem intakten LKW, der mit elektronischen Kampfführungssystemen ausgestattet ist. Diese Systeme werden in der Regel in rückwärtigen Gebieten eingesetzt, um die Truppen an der Front vor Drohnenangriffen zu schützen, was zeigt, wie tief die ukrainischen Streitkräfte in das von den Russen gehaltene Gebiet eindringen konnten. Das originale und zensierte Filmmaterial aller Operationen findet ihr auf unserem Telegram-Kanal über den Link in der Beschreibung. Durch die Ausnutzung dieser russischen Schwachstellen und den strategischen Einsatz von Stoßtrupps gelang es den ukrainischen Streitkräften, das Dorf Semyonovka einzunehmen. Durch die Kontrolle von Semyonovka wurde die Siedlung Sheptukovka effektiv eingekesselt und in eine prekäre Lage gebracht. Der Fall von Sheptukovka würde es den ukrainischen Streitkräften ermöglichen, sich mit den Kämpfern am Brückenkopf von Schurafli zu verbinden, ihre Position zu stärken und weitere Offensivoperationen zu unterstützen. An der Südflanke von Korenova war die russische Verteidigung ebenso schwach wie an der Nordflanke, da die meisten Truppen in der Stadt selbst konzentriert waren. Unter Ausnutzung dieser Schwachstellen eroberten die ukrainischen Streitkräfte die Dörfer Apanasovka und Trojzke und festigten die Kontrolle über Krasnoktyabryske. Die Sicherung von Apanasovka und Trojzke ermöglichte es den Ukrainern, ihre südliche Flanke zu festigen und von Krasnoktyabryske aus in die Wälder südlich von Korenova vorzustoßen. Aufgrund der wachsenden Bedrohung an den Flanken der Stadt beschloss die russische Führung, Truppen aus Korenova zu verlegen, um diese verwundbaren Stellungen zu verstärken und den ukrainischen Vormarsch aufzuhalten. In der Überzeugung, dass die ukrainische Hauptangriffsfront gegen Korenova nach tagelangem Stillstand ihre Kampfkraft verloren hatte, schätzte das russische Kommando ein, dass es sicher war, die Truppen aus der Stadt zu bewegen. Zum Leidwesen der Russen nutzten die ukrainischen Kämpfer vor Korenova dies zu ihrem Vorteil und starteten einen starken Angriff auf die Stadt. Geolokalisierte Aufnahmen zeigen, dass die Ukrainer in den östlichen Teil der Stadt eindrangen und die Schlacht um Korenova eröffneten. Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Ukrainer die russischen Schwachstellen an den Flanken von Korenova erkannten und clever ausnutzten, um die russische Verteidigung zu zuschlagen. Infolgedessen schwächte die russische Führung die Verteidigung der Stadt, um die Flanken zu verstärken, was den ukrainischen Kräften einen Angriff auf Korenova selbst ermöglichte. Der Mangel an russischen Reserven in diesem Gebiet erwies sich als ausschlaggebend für die ukrainischen taktischen Gewinne. Russische Quellen behaupten nun, dass unter diesen Umständen der Verlust von Korenova unvermeidlich sei. Wenn ihr gegen die Invasion der Ukraine seid und unsere Arbeit unterstützen wollt, solltet ihr einen Blick in den Online-Shop UA Supporter werfen. Der Link befindet sich in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen.